Das war's K, ne? Ne, J, L. Oh, nein! Wie ging denn das jetzt? Oh, Leute, hört mir doch auf, ey. Oh, Gott, der hat immerhin einen Katapult hingekriegt, ey. Wenn wir es noch weiter nach vorne ziehen und das Teil noch länger machen. Schön lang, schön lang. Ich muss einen langen Weg haben. So, Waffen, nein, nicht den Spikeball, die Bombe, die hier, oh. Ach, hör mir doch auf, ey. Erst die Bombe, dann die Teile. Das geht halt ernsthaft, ja? Achtung! Was? Was? Nein, 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 nein. Das ist keine Option, das so zu machen. Wir müssen die Kraft erhöhen. Kraft erhöhen! Was zum... Was? Okay, was passiert da genau? Nein! 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 Dramatisch! Nein! 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 Das ist komplett kaputt! Hm. Man sollte sie vielleicht stärken. Wird halt absolut unschaffbar, da irgendwie halbwegs was Sinnvolles hinzukriegen, weil das Teil jetzt vermutlich einfach noch kaputter sein wird. Achtung! Ja, soll wieder gerissen. Scheiße. Das muss irgendwie ohne gehen. Was? Nein! Scheiße. Das ist eher nicht so gut. Nein! Nein! Das ist der Teufel. Okay. Und wenn man das Zeug oben wieder weg macht? Ich will es nicht verlängern, das wäre mir zu einfach. Achtung! Merke, der Boden ist nicht stark genug. Hm. Das ist keine Option. Das ist auch keine Option. Das sind Optionen. Okay. Der Boden hält das. Wow. Nein! 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 Fall nicht um! Wenigstens ist das Haus kaputt. Nein! 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 Das darf so nicht passieren. Nein! Also merke, ich werde vermutlich das ganze Teil einfach so stark stärken müssen, dass es mir nicht auseinanderfällt. Hm. Mist. Ich meine, hier vorne kann ich es ja stärken. Das ist ja kein Problem. Oh, da kann ich es vielleicht nicht stärken. Oh, da kann ich es vielleicht nicht stärken. Wo ist es denn jetzt? Nein! Wieso ist es denn jetzt schon wieder zerbrochen? Äh, äh, explodiert. Okay, da zerbricht es. Kriege ich das irgendwie gesichert? Oh Gott. Das muss doch sicherer gehen. Oh, da sehe ich keine Möglichkeit. Das lässt sich nicht stärken. Das lässt sich absolut nicht stärken. Das lässt sich nicht stärken. Schlecht. Schlecht. Ich fürchte, das wird so nicht funktionieren. Ich muss es wohl doch kürzer machen. Oh, nur eins. Ja, nur eins. Nur eins. Also zwei. Was aber im Endeffekt eins ist. Was willst du denn jetzt? Macht er, macht er also, hallo? Na, geht's noch? Verarschen? 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 Das ist ja gar nicht nett. Und bumm. Was war das jetzt? Wieso explodiert das? Nein, du explodierst nicht. Nein. Nein. Okay. Das ist schlecht. Hm. Ich verstehe es nicht. Wie soll das gehen? Vermutlich muss man tatsächlich einfach den Arm noch länger machen, dass die Kraft ein bisschen langsamer entsteht. Was geht dir? Ach ja, ich kann ja jetzt wieder ein bisschen was löschen. Hey, ah, dich stört das wieder. So, okay. Dich machen wir weg. Dann müssen wir auch die alle fünf entfernen. Dann bauen wir halt mal so ein Teil noch dran, in der Hoffnung, dass es das bringt, was es soll. Wir bauen erst mal nur vier. Okay, wir bauen fünf. Immerhin, es ist nicht explodiert. Oh Mann. Ey, was macht denn ihr noch da? Ihr behindert mich. Bis zum Teufel. Warum explodierst du immer? Hör auf zu explodieren. Das ist nicht nett. Oh, das hätte ich vermutlich nicht schützen müssen. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Was hängt da im Weg? Ach, jetzt hör mir doch auf. Verarschen? Was passt dir denn da jetzt schon wieder nicht? Ja, ich weiß, die Propeller tut mir leid. Nein. Da. So kann man das machen. Leute, warum explodiert der denn jetzt schon wieder? Ich check's nicht, ja. Aber okay, es gibt Möglichkeiten, da was zu versuchen. Und die sagen, ich soll hier noch was bauen. Kann ja nicht so weit nach vorne fliegen. Willst du mich? Was ist dein Problem, Junge? Aber okay, ich verstehe den Wink. Nein. Ah ja, genau das habe ich gemacht, als ich sagte, mach das nicht. Ja. Wieso ist es jetzt wieder explodiert? Es sah so gut aus. Das Ding hält's nicht aus, ey. Was ist das für eine Kacke? Aber irgendwas wird da nicht so berechnet, wie ich's das gerne hätte. Hm. Ich möchte gerne, dass das genau das soll fliegen. Was soll ich denn sonst werfen? So ein Spikeball oder wie? Ja, den will ich fast gar nicht werfen. Ja, wobei, wenn man schon mal was werfen kann. Okay, du, hier hin. Moment, ist der fest angebaut? Mal abgesehen davon, dass das Teil zu schwer ist. Das Ding ist, glaube ich, tatsächlich fest angebaut. Ah, nein! Ja, Flammenball kann man nicht werfen. Ja, ja. Das geht wieder nicht. Jetzt geht's. Und bumm. Ja, war klar. Äh, ich will ein Katapult. Nein, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht schlecht, aber wieso? Versuchen wir's doch einfach mal so. Mach mal das Teil unkaputtbar und dann wird das schon irgendwie gehen, hoffe ich mal. So, jetzt ziehen wir dich wieder von hier bis hier hin. Ey, das kann doch gar nicht sein. Okay, mir wird immerhin so langsam klar, was jetzt die Probleme sind. Hahaha. Du kannst mich wahr. Das wird nicht gewacht. Aufgegeben wird nicht. Und kaputt gehen ist keine Option. Haha. Jetzt hören wir aber mal auf, ey. Ja? Ich hab hier tierische Probleme, mein Freund. Ja, baue ich hier ein Level was Neues. Ja. Ja. So. Ja, ich brauch vermutlich echt tatsächlich lange. So. Das kann doch nicht sein. Was hat er diesmal nachgegeben? Ach warte, nichts. Die sind alle noch zusammen. Ist jetzt nicht wahr, oder? Doch, das Teil hat nachgegeben. Hey, das will ich nochmal sehen. Das ist einfach zu viel Belastung. Oh, ich ahne, wie ich das besser wegkriege. Ich krieg diese Bombe gefeuert. Ich will eine Bombe werfen. Ich will das einfach. Punkt. Okay, so. Alter. Was zum... Hahaha. Hahaha. Was zum... Hahaha. Hahaha. Sind sie eigentlich fast alle weg. Hahaha.